Also wasch deine Jeans immer auf links. Was geschwollen aussieht, ist meistens geschwollen. Und nimm nichts in den Mund, was nicht vorher gekocht wurde. Du verstehst mich, Kate. Früher jedenfalls. Ich bin diplomierte Kinderpsychologin. Och bitte, werdet wieder ein Paar. Nicht jetzt, Jerry. Es gibt ein Problem im Büro. Die neuen Eigentümer haben uns ausbluten lassen und an die Wand gefahren. Alles ist weg. Alkohol. Was wissen wir über die Typen? Lexon. Eigentümer ist Vincent Kruger. Wohnhaft in Paris. Wie ist dein Französisch? No. No, 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 no. Au! Wieso kannst du immer noch nicht fahren? Du hast doch jetzt jahrelang Praxis. Wir hätten gern zwei Zimmer. Mrs. Jones und Mr. Jones. Wir sind geschieden. Ich hab den Namen behalten. Und auf dieser kleinen Reise soll sich zeigen, ob die Flamme noch brennt. Ja, ja, wieso nicht? Also gar nicht sowas von nicht. Die Flamme ist aus. Eiskalt. Nein. Tot. Hast du Lust, mir Wärmecreme auf den Rücken zu schmieren? Rate mal, wer heiratet. Vincent Kruger und verlobte Manon Fontaine. Sieh dir ihren Hals an. In diesem Klunker stecken unsere Pensionen. Wir sollten ihn klauen. Freuen uns riesig. Helfen gern. Worum geht's? Kidnapping? Uns auf ne Hochzeit schmuggeln? Diamanten klauen? Das wird nen Riesenspaß! Wir sind dabei. Hast du die Knarre? Nein, das fand ich zu gefährlich. Sehr vernünftig. Aber ich hab Brote gemacht. Schinkenkäse. Habt ihr Hunger? Gehen wir's an. Entschuldigt, ich muss dringend, Pippi. Alles klar. Wisst ihr was? Ich mach das auch schnell. Ich bin seit Stunden nicht mehr gewesen. Man soll den Drang nicht unterdrücken. Du bist viel umgänglicher geworden. Du auch? Nicht übel, Miss Jones. Nicht übel. Manche Tricks verlernt man nicht. Kannst du noch das mit deiner... Nein, Richard. Nein, anhiyet ist weg. waiting fühlen. Du bist wärmerenkönig. Ich kann nicht überreden. Menschen, irgendwann mal'rebenny, enm начинаern. exerc様 zu vennigern und maßig machen.